Einer vor mir, 3, 2, 1. Hadi ho, herzlich willkommen zurück bei Hell Let Loose. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen auf dem Schlachtfeld Europas. Wir sind zu zweit unterwegs und ich bin tatsächlich schon der Nächste, der dem Server beitritt, auf dem wir gleich sind. Und zwar mit dabei ist der Limes. Dann morgen zusammen. Und nochmal, nach dem gestrigen Tag, sehr, sehr, sehr vielen großen und ganz zahlreichen Dank für all die lieben, netten Worte und Glückwunschsagungen und all dem drum und dran rund zu meinem Geburtstag. Danke, danke, danke. Und danke auch Laborboy, der hat tatsächlich gestern nochmal gespendet, da war ich schon gar nicht mehr im Stream. Was ganz geil ist, weil ich nämlich jetzt rausgefunden habe, dieses Bling immer, wenn ein Spenderäum kommt, wo ich immer rausfinden wollte, woher kommt das? Wie kann ich das irgendwie wegmachen oder irgendwas dergleichen? Der Sound, wenn so eine Spende kommt. Jetzt weiß ich, woher der kommt. Der kommt in den Browser, weil den Browser habe ich ja noch geöffnet, um das gegenzukontrollieren, weil ich sozusagen eine Art Analytics dort laufen lasse. Und die Website gibt mir den Sound aus. Ich habe den nämlich gestern bekommen und dachte, hä, woher kommt denn das Bling her? Das kennst du doch irgendwoher. Dabei war ja nichts anderes an, aber der Browser war noch on und der Tab mit dem Tipi-Stream war noch offen. Jetzt habe ich es rausgefunden. Dank dir, dank dir. Durch Zufall, aber trotzdem dank dir. Ja gut, genug des technischen Gefahrsichts. Wetten wir uns der Musik. Ja, ich habe auch gerade den Top-Titel. Ich mag den Ami-Titel auch, der davor gerade kam. Den kannte ich noch gar nicht. Dabei kenne ich eine ganze Menge Militärmusik, weil ich ein komischer Kauz bin in Sachen Geschichte. Ja, das hätte ich auch angemerkt. Nein, ohne, das ist Geschichte. Die Spezifikation braucht es da gar nicht, glaube ich. Mike M., du darfst sehr gerne nachjoinen. Wir sind, oh Gott, irgendwas mit Graben oder so. Weißt du noch, wie der Server hieß, Linsan? Irgendwas mit Donnerbalken oder so. Donnerbalken, ja, irgendwas mit Donnerbalken. Irgendwas mit Donnerbalken. Graben, Donnerbalken. Ich hoffe, die Map ist noch halbwegs am Anfang. Es ist immer noch Stalingrad. Ja, Stalingrad ist auch für mich die Map, die ich bis jetzt am wenigsten mag, muss ich sagen. Da finde ich die anderen eigentlich deutlich geiler. Mal noch Xaros, allöchen. So, wir dürfen, oh, ich muss ja immer wieder kurz, da war ja was, dieses komische Zeug mit der Karte geht ja wieder los. Wir spielen Russen, oh, das ist schon mal sehr gut. Ich muss sagen, den Russen-Spawn finde ich viel besser als die deutsche Spawn. Dass du bergab läufst auf die Schiene zu, finde ich viel, viel, viel geiler. Bist du schon auf dem Server? Ähm, nee. Ich bin aber der Nächste, der dem Server beitritt. Okay, das ist gut. Glaube ich. Mal schauen. Moin, auch Prince of Darkness. Wenn es immer noch Stalingrad ist, wird das ja nicht mehr ewig gehen. Warte mal. Das ist ganz cool. Ich join einfach mal kurz hier irgendwie. Nee, es ist gelockt. Aber ich will eigentlich nicht den Spotleader geben, dass ich im Stream nicht die ganze Zeit auch noch zusätzlich den Commander-Talk dabei habe. Deswegen war das so. Verstehe ich. Ich würde das machen, wenn wir eine neue Runde machen. Ja, ja. Das ist natürlich auch doof. Ich muss mal gucken, ob ich mich dann nochmal bei Discord mute, weil ich muss ja manchmal auch mit denen kurz mit Sprache halten. Obwohl, so viel ist das eigentlich meistens nicht. Ich kann dich ja in-game muten. Also du musst dich, alles was du redest, müsste ich ja dann via Discord trotzdem hören, aber in-game ja nicht. Dann habe ich dich zumindest ja nicht doppelt drin. Dann müsste es eigentlich klappen. Nee, nee, klar, also das ist nicht das Problem, aber du hörst mich halt, wie ich denen antworte. Das müssen Sie reagieren jetzt auch nicht. Das finde ich nicht schlimm. Als einfacher Gefreiter. Das finde ich nicht schlimm. Auch als einfacher Gefreiter, finde ich, sollte ich hören, was meine Vorgesetzten so zu sagen haben. Moin zusammen, moin, moin. Ah, es ist manchmal sehr salty in der Offiziersrunde. Ja, ich höre ja auch nur, was du sagst. Also solange du nicht salty bist, sollte das eigentlich kein Problem sein. Nee, will ich nicht, aber es gibt ja oft immer so, da hast du mal ein paar Offiziere, die melden sich gar nicht. Und dann werden die ersten anderen salty. Dann geht es immer los. Also, ich kann es ein bisschen verstehen, aber ein bisschen auch nicht. Erika ist auch da. Hatten wir gerade schon. Gleich am Anfang. Jetzt, ob wir gleich Erika hören oder nicht, weiß ich nicht. Obwohl, so wie es aussieht, liegen die Deutschen, haben ein bisschen mehr Landgewinn. Also, vielleicht, ob ich schon mal gucke. Moin, da boi, boi. Danke, danke, danke nochmal. Moin, 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 moin. Du glaubst es gar nicht. Gestern wirklich, als ich hier saß, habe ich gesagt, das kennst du doch, das Plinkler. Überlegt, überlegt, überlegt. Mir ist drauf gekommen und so weiter, aber. Wie lange ich schon daran sitze. Ich habe schon komplette Alerts und so komplett neu gemacht und überarbeitet. Also wirklich, da ist Stunden Arbeit reingeflossen. Nur, um rauszukriegen, wo dieses elende Plink einfach immer hergekommen ist. Jetzt weiß ich es. Das ist so witzig. Wirklich. Das ist so ein Zufall. Aber ich sag ja, momentan schreit mir echt die Sonne aus dem Hintern. Es ist irgendwie so. Keine Ahnung. Seit die letzten paar Tage habe ich irgendwie enormes Glück bei vielen Sachen. Ich sag's ja. Also irgendwie demnächst muss ich definitiv, ich weiß nicht, von irgendeinem Ast in so einem Wintersturm getroffen werden oder so, um das Ganze auszugleichen. Ähm, bist du schon in einem Squad beigetreten? Ich warte drauf, dass du eins erstellst. Ah, okay. Auch jetzt noch, ja. Gut, dann will ich mal einen halt erstellen. Na ja, mach mal. Sag mir, was du bist. Wie heißen wir? Jig. Oder King. Jig. Jig. Moin moin. Ja, ich würde dich ja nicht mehr nennen. Aber da ist noch einer mit drinne schon. Hallo. Moin moin. Aber ich glaube, ich muss dich nochmal muten. Ja, ich mute dich gleich auch. Keine Sorgen. Das wird jetzt auch nervend für mich. Mh, Maschinengewehr unterstütze, sagt er, ne? Mh, die DP, da ist sie. Sehr geil. Okay, bestätigen. So. Okay, wo geht's denn hin? Linson. Wollen wir eher Richtung Front gehen oder verteidigen? Oh. Ich weiß nicht, was hier noch da ist. Ich hab noch keinen Command bekommen. Ich sag dir mal hallo. Moin moin. Ich spawne. Vorne kann ich gar nicht spawnen, glaube ich. Oder? Doch, geht. Spawn so weit. Du kannst vorne bei der Garnision. Ja, ja, genau. Da spawn ich. Da würde ich auch hingehen. Da ist aber auch ein feindlicher Panzer dann hier, ne? Da müssen wir aufpassen. Ja, geht schon. Guck mal, jetzt sind wir schon zu viert. Peter Parker ist dabei. Ja, sehr geil. Jetzt kann's, jetzt kann's noch gut werden. Ich weiß nicht, ob ich hier auf Drusse war. Also das letzte Mal war ich mit Jonjon hier Sniper. Und das war eigentlich gar nicht ganz cool. Das hat durchaus Spaß gemacht. Ja, jetzt haben wir einen Schüssel in unsere Richtung. Okay, die laufen alle auch schön geduckt durch die Gegend. Ich sollte es vielleicht auch machen. Versuchen wir mal ranzugehen, ne? Ich lege da in den Außenposten. Moin, moin. Sobald wir ein bisschen näher dran sind. Das mute ist man. Ich würde sagen, wir versuchen ein bisschen an den Punkt ranzukommen. Und ich lege da in den Außenposten, sobald wir es ein bisschen weiter voraus geschafft haben. Hm, ist gut. Ich weiß noch nicht, wie wir von hier aus am besten hinkommen. Keine Ahnung. Also vor uns höre ich auf jeden Fall schon ordentlich Schüsse. Ich renne hier mal mit so einem Typen mit. Ich hoffe immer, dass die zuerst dann auf den Vordermann schießen. Dann auch nicht. Ich bin nur ein paar Meter hinter dir. Ich bin genau bei dir. Ah, gut. Moin. Irgendwas stimmt mit der Performance aber auch wenn nicht. Ja, ich habe auch ein bisschen Lachs gerade gehabt. Ja, das ist ein bisschen. Ich habe definitiv Lachs drin, aber volle Kamme. Also jetzt so normal, wenn wir laufen nicht. Aber zwischendurch, wenn du mal so einen Haken schlägst oder so, fühlt sich das ziemlich laggy an. Keine Ahnung. Jetzt gerade ist es wieder stabil. Aber ich hatte es eben auch, ja? Mal noch Salam. Moin auch Mirko. Noch zwei vor mir in der Wartestand gleich da. Sehr gut, Mike. Sehr gut, sehr gut. So, ich leg jetzt hier schon mal einen Spawn, Mike. Hier direkt dran? Ja. Na ja, wir haben noch die Mauer. Na ja, gut. Wenn du meinst. Ja, besser gedeckt ist es doch hier erstmal nicht. Ich kann in 90 Sekunden wieder einbauen. Also ist es jetzt auch nicht. Welches Squad sind wir nochmal? Jig. Jig. Nur dass ich mitkriege, wenn die uns ansprechen. Falls die mich nicht beim Laden sind. Also, auf Jig solltest du definitiv reagieren. Ich meine, das ist doch Zeichen. Ich laufe. Aber ich kann weiter vorraten. Das geht noch. Habe ich keine Nate als Dings? Nee, nee. Ich sitze in einem Graben jetzt hier links fest. Der ist nicht weit weg, der auf uns geschossen hat. Danke. Ich weiß, einen habe ich da erlegt. Auf Marker. Okay. Ich versuche gleich loszurennen. Ich bin noch einen Tick weiter vorne gerade. Vielleicht sollte ich auch Rauch legen. Ich komme nachgelaufen. Bin gleich bei dir. Wurdest du beschossen? Ja, ich wurde beschossen. Ich kann dir nicht sagen, von wo ich hatte. Das klagen sehr laut. Der muss ziemlich nah bei dir dran sein. Haben wir einen Medic im Squad? Nee, nee. Nee, auch. Ja, Pierre. Ich habe einen. Ich habe einen. Sehr schön. Auch immer ruhig markern, wenn du welche sitzt. Marker ich nochmal mit dem Maustaste? Na ja. Mittlere Maustaste. Ich kämpfe mit meinem Revolver. Die klettern rechts über den Mittelsteg zwischen den Zügen. Zum Teil. Ja, Papa, die sind unter den Zügen. Also noch ein weiterer Panzer, zu dem Panzer schon markiert ist. Aber wir sind schon gut dran. Wir müssen da schön reinkommen. Dann können wir das vielleicht übernehmen. Feindlicher Panzer. Einige feindliche Panzer da. Auch noch feindliche Infanterie unter dem zweiten Zug voraus. Passt auf. Die kleben auch da drunter. Markier mal. Dann kann ich das noch auf der großen Karte für alle markieren. Ey, ich habe die gerade getötet. Aber jetzt sehe ich hier nichts ist das gleiche vor mir. Na toll. So, es hätten mehrere sein können. Weiß ich nicht. Ey, immer mal wieder kommt hier einer durch. Ich habe jetzt schon drei getötet oder so. Gott, hat es einen komplett zerfetzt. Ich bin mir gerade nicht rüber. Was soll das denn? Ich bin doch eben so galant über die Schienen hier gesprungen. Endlich. Ein bisschen anlaufen geht es. Irgendwas. Oh, eine Granate oder so hat mich erwischt. Voll zerfetzt. Oh ja. Oh, auf den Schienen. Zwischen den beiden Zügen ist ein feindlicher Infanterist. Ich konnte nicht mehr markieren. Hat mich erwischt. Ich sage ja, ich habe da schon so ein, zwei weggeballert. Aber die kommen da anscheinend ganz gerne noch wieder nach. Okay. Achso, deine ist ja noch da. Genau, alles klar. Bin gleich wieder da. Ja, ich muss auch neu spawnen. Willst du nicht Medic gehen? Ich mag eigentlich meinen MG-Typen. Ja, dann behalten. Boah, Alter. Ich habe nur ganz kurz um die Ecke geschaut. Instant weg. Ich sage es ja. Stalingrad-Wipes vor der Kanne. Ja, ich kann auch Medic gehen. Das ist auch okay. Mach nicht. Nee, ich sehe schon. Wir haben den Peter Parker schon. Wir haben schon. Und unser Squad ist voll, was da passiert. Muss ja gleich mal gucken. Ist ja nice. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon drin ist. Ich glaube noch nicht. Aber dann müssten wir tatsächlich sogar echt nochmal neu aufmachen. Oder du schmeißt irgendwie einen raus. Keine Ahnung. Das kann ja auch richtig sein. Wir versuchen den Punkt zu erobern. Wir versuchen den Punkt zu erobern. Also vorne spawnen und Druck machen. Äh, verstanden. Roger, Roger. Das finde ich hier irgendwie auch so witzig, ne? Das so viele gleich irgendwie da immer so mitmachen. Ja, aber im letzten Mal auch. Hatten wir auch einen dabei. Der hat sich dann mit dem Rang angesprochen und so. Und auch. Ja, ja, ja. Ich habe auch schon erlebt, wie andere dann welche anmeckern, wenn die nicht auf die Kommandos reagieren und so. Das ist irgendwie witzig. Besonders, weil ja jeder, auch mit jedem Level, im Endeffekt hier so einen Spot aufmachen kann, glaube ich. Kann gelaufen. Oh, 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 oh. Und ich habe mir die erste gefangen. Ich lege ihn rein. Oh, ich habe mir auch irgendwie eine Granate. Was war denn das? Ich muss da, bis er da vorne wieder durchkommt. Ich glaube, die sind in unserer rechten Flanke beschießen, die uns. Ich kann euch mal vorhin einfach an meinem Platz geblieben. Das war eigentlich gar nicht so verkehrt. Sie können versuchen, hier einen Spawnball wegzulegen. Na, mach mal. Das ist ein bisschen risky, aber... Mach mal. Genau, hier stehe ich auch. Aufpassen beim Spawn hier vorne. Ist ein bisschen riskant. Na, was willst du aufpassen? Du kommst und stirbst du leider nicht, na, aber... Du bist gewarnt. Ich sitze mit einem MG genau über dem Spawnpunkt. Also, wenn sie hier rüberkommen, gebe ich auf jeden Fall Feuer. Ah, ah, da schießen sie schon zwischen. Wo sind denn die? Ich sehe sie noch nicht, aber die müssen nah sein, wenn sie denen da vorne... Eine Reihe vor uns! Haben sie doch schon einen. Wagenlager wurde erobert. Nice. Wir haben den Punkt. Sehr gut gemacht. Sehr gut. So, jetzt können wir weiter. Zum... Komoso, was auch immer, HQ. Komoso, Komoso, HQ. Alles klar, bin ich dabei. Kom-Sumol, ne? Kom-Sumol. Komm-Sumol. 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 Wuhu. Nice. Der Parker hat überlebt. Ich auch, ich auch. Ich kleb hier noch. Ich glaube, ich werde sogar wieder belebt, Mensch. Ab in den Graben. Ab in den Graben. Schnell, schnell, schnell. Und tot. Ich habe einen sterben hören. Ja, das kann es sogar wieder sein. Cool, danke. Ich liege aber relativ nah dran. Mal gucken, ob der Peter es versucht. Mike ist schon mal auf dem Stor, war es gut? Oh, er versucht es, er versucht es, er versucht es. Danke. Danke. Nice. Nice, nice, nice. Ist okay. Jetzt sagst du weiter nach vorn, oder was? Jetzt sind wir den Lachs weniger geworden. Vielleicht war es echt nur so Nachladeruppler. Gibt es ja fast ein Nebenspiel heutzutage. Es gehört jetzt mit dem Tod. Auf zum nächsten Punkt. Ich folge dir. Dem Kommandanten hinterher. Ei, ei. Genosse hier wahrscheinlich eher, ne? Comrade. Genosse Kommandant oder so. Oh, guck mal, da rennt schon eine ganze Menge von uns durch. Scheint ihr recht weit zurückgetrieben zu haben. Ja, die waren scheinbar nicht da wirklich vertreten. Aber die werden da jetzt richtig reindrücken. Ich habe da schon so ein paar weggeflexelt mit der, mit der, mit der. Ist das schon bei Combo, dem Punkt, demnächst. Ich bin genau hinter dir. Zwei Meter. Ja, das meine ich bei dem Punkt jetzt, den wir holen lassen, ist das scheinbar nicht gewesen. Ach so. Ich komme weitergelaufen war noch, äh, Koch des Grounds. Ist das eigentlich ein Battlefield? Ja, es ist halt sehr anders. Panzer gibt es auch, aber zum Beispiel keine Krieger und sowas, alles ist gewidmet nicht. Und du bist halt quasi immer tot, wenn du getroffen wirst. Ja, es ist wie Battlefield Hardcore ohne Zerstörungs-Engine und langsamer. Ja, ja, also das hier ist viel eher ein Kriegssimulator, während Battlefield halt ein Arcade-Shooter ist, ne? Oh, Skrall. Vor allem die Sounds und die Kulisse und so, das ist schon sehr gut. Mag ich sehr. Ja, und spätestens, wenn Erika gespielt wird, sind sowieso alle glücklich. Dann ist alles wieder gut. Schüss an uns vorbei. Ich werde dir schon beschossen. Ja, ich lege jetzt hier mal einen Punkt hin. Ja, mach mal. Ich bin immer noch direkt bei dir. Ich warte nur darauf, dir den Gnatschuss geben zu dürfen. Ich helfe dir doch gerne. Wenn du schreist, bin ich da. Oh, jetzt werde ich gerade hart zurückgeschmissen. Naja, es war aber lachsend. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in die Richtung könnte er sein, da lang. Ich habe harte Serverlucks, hast du die nicht? Ne, jetzt geht es wieder. Gerade nicht. Ich wurde gerade immer so einen halben Meter zurückgesetzt, gefühlt, wenn ich einen halben Meter nach vorne genommen bin. Aber gut. Das war aber, glaube ich, nur eine Anzeigefehler. Ich bin einmal stehen geblieben, wieder neu angefangen zu laufen und dann war es wieder weg. Man auf Fizzy. Jetzt sind wir aber schon ziemlich weit vorne langsam. Ich muss sagen, die DDP als MG mag ich überhaupt nicht. Finde ich, dass der Army ist schon geiler. Die Bren, ne, 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 nicht Bren. Also wie heißen die, der Army ist kein... Ich weiß es gar nicht. Die DDP? Ja, hier gibt es natürlich. Hier gibt es die DDP. Der Russen? Ja. Ich glaube, die Art ist noch nicht. MG 42 bei den Deutschen. Dann die... Ist das die Browning? Ne, Browning Bar. Das war die Bar. Ne, ach, keine Ahnung. Die Bar heißt aber so Sturmsoldaten, ne? Ich meine schon immer nur MG Boy. Achso, ne, da weiß ich nicht, was der Army hat. Der weiß noch nicht. Oh, oh, mach Lack, mach Lack, mach Lack. Ja, die sind hier geradezu. Achtung voraus. Da sind die irgendwo dazu. Hier ist ein feindlicher Tank. Feindlicher Tank. Ich muss den mal markieren. Hey, schock dich! Okay. Ein feindlicher Panzer hier im Gebiet gemeldet. Achtung, da waren welche. Ein Bock, das MG zu niedrig auch. Ich geh jetzt noch nach vorne und schmeiß mich hin. Klar gibt's hier eine DDP. Die DDP ist uralt. Die Bar ist auch uralt. Und selbst das MG 42 als MG 3 wird ja immer noch genutzt. In der Bundeswehr. Also einige... Die Systeme von so einer Waffe ist halt... Das ist halt ewig alt. Vor mir ist direkt gerade einer draufgegangen. Neuer Outpost steht. Nein, hier vorne gebaut. Ich hör den Tank noch vor mir links. Ja, der macht mir halt auch Sorgen. Wenn man da mal in den Lauf guckt, ist man weg. Der fährt vor mir. Oh, der fährt genau vor mir lang. Der ist echt 10 Meter vor mir oder sowas. Pass auf, links von dir muss der sein, Dennis. Ja, hier schießt schon einer durch. Ist auch irgendwo infanteriert. Ist ein bisschen langenehm. Ja, bist du Puma? Oh, der feindliche Tank kommt rum. Ich leg mich hin. Feindlicher Tank markiert. Leichter Panzer. Okay, jetzt haben sie mich. Da hat er die ganze Zeit versucht... Wo waren sie, wo waren sie? Da hat er auf der anderen Seite vom Zaun. Ein Stückchen weiter... Ach, hier ist immer noch der Tank. Hier ist immer noch der Tank. Oh Gott, ich muss mich auf oben bleiben. Ja, deswegen lag die ganze Zeit rum. Der hat immer weiter versucht, auf mich zu schießen. Ich habe eigentlich auch draufgeballert durch den Zaun, aber... Irgendwie halt auch nicht. Ich schläge hier noch. Ich hoffe, er sieht mich einfach nicht. 8 Sekunden bin ich wieder da. Wenn der Anti-Tank frei ist, ne? Kannst du den auch holen. Dann können wir dem schön einen reindrücken, wenn du den vor hinten triffst. Das ist nicht wie bei Battlefield. Du machst dem effektiv Schaden. Oh, da ist eine Sprengleitung am Panzer dran. Ja. Ich habe es noch versucht, wegzurennen. Ich habe noch versucht, wegzurennen. Ging aber nicht. Ich bestrafe ihn nicht. Ist okay. Nee, natürlich bestrafe ich ihn nicht. Soweit kommt es noch. Ich bin nicht mal dazu gekommen, noch die Karte wegzudrücken. Hier, die Overlay-Karte. So, wir sind gleich wieder da in 4 Sekunden. Das wäre der Entgängig. Du kannst da echt nicht rausgehen. Oh, 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 oh. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin aufgestanden und vertot, sozusagen. Moin auf Vorort. Was sind das für übergeile neue Rucksäcke bei Tichy. Oh ja, ich habe ihn gesehen. Könnt ihr einen Platz im Jigfort-Fort mit Moin auf John Doh? Moin, Moin. Nein, das ist eine DP. Also ich weiß nicht genau, wie das geht. Sag doch eine DP. Ja, also musst du gucken. Kann ich einen raushauen? Wenn ich mal ein neues Quart auf. Kann ich einen rauskicken? Ich weiß nicht. Ah ja, einen Sperrenspieler kann ich. Ist John bereit? Äh, Mike, ja. Ich würde hier, ich weiß, Peter Parker gehört, der zu uns? Ich habe keine Ahnung, wer davon zu uns gehört. Das kann durchaus sein, dass wir zur Community sind. Ich weiß es nicht. Okay, ja, ich entferne jetzt mal Anna, wenn John bereit ist. Dann haue ich ihn mal raus. Nein, der ist Medic geworden. Den kann ich nicht entfernen. Medics sind mir wichtig. Dann ist es Hebeas. Sorry, wir müssen einen Platz freimachen. Moin, auch hier, Go. Ja, ja, die Josen sind im Spiel. Das ist geil, schau mal aus. Jetzt ist Mike da. Brauchen wir noch einen Platz? Ich weiß nicht. Ich glaube erstmal nicht. John John ist im Chat, aber ich glaube, wenn John John mitmachen will, wird der im Discord sein. Der meint aber, glaube ich, schon, dass er eher keine Zeit hat. Gut, ne, dann haben wir das. So, der ist von. Moin, moin. 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 Jetzt hätte ich natürlich wieder meine M.G. gebrauchen können. Ich sterb nur, aber auf, 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 scheinbar ist immer das gleiche. Ich hab noch nicht viele abgeschossen. Ich hab schon ein paar gekillt am Anfang, aber. 4 Leute. Aber seitdem wir hier oben sind, geh ich wirklich ein paar Meter und werd immer nur von sonst irgendwo echt weggesäbelt. Oh, hier ist ein feindlicher Tank, direkt vor mir. Hm, Panzer 4. Ich guck mal, ob ich, ob ich der Anti-Panzer-Dude werden kann. Weg vom Panzer, weg vom Panzer. Nee, Panzerabwehrschütz ist belegt. Pionier vielleicht? Was hat denn der so drauf? Kann der auch was? Kann der irgendwie bauen? Hab ich aber noch nicht viel Erfahrung mit. Dann geh ich, glaub ich, mal Unterstützer. Das meintest du doch immer was ganz wichtig, oder? Und der Tank ist weg. Sehr gut. Boah, schön, schön, schön. Gut gemacht. Wir müssen mal wieder zu dem Punkt gehen, ne? Ja, Richtung Kosmol. Kosmol, wo ist es da vorne? Ja, ich... Erstmal, wenn ich da langlaufe, werd ich abgeschossen. Ich bin jetzt recht nah dran. Ich seh's, wo du bist. Boah, was ist das denn? Was ist jetzt in der Artillerie? Das sieht so aus. Ich komm in dein Haus. Schön. Wir haben geschossen. Von rechts, Leis? Von rechts? Ja, aus dem Gebäude auch. Aus dem Gebäude. Moin, Udo. Moin. Auch passend im Gebäude. Noch. In dem Backsteinhaus da. Markiertes Gebäude. Da sind die drin. Ja, ja, ja. Ich hab ihn nicht mal gesehen. Ich glaub, ganz links im Fenster oder sowas. Aber irgendwie so. Der Pionier hat auf Seite 2 eine Sprengladung. Im ersten Loadout hat er Minen und kann No-Spawn. Hm. Ich... Sprengladung haben mich ja schon überzeugt, John. So, absolut. Wir müssen jetzt hier mal den Punkt kriegen. Ja, ich will aber woanders lang gehen. Ich bin jetzt 4, 5 Mal gestorben. Jedes Mal, wenn ich da irgendwo so habe noch eine Fahrzeuge. Du musst erst mal einen Zartcap rein, damit wir den einnehmen. Ja, ja, aber... Ne? So. Ich umlaufe die Kiste jetzt auf jeden Fall gleich. Ich sporte... Ich renne jetzt nicht auf einmal nochmal genauso lang. Ich renne jetzt nicht auf einmal nochmal genauso lang. Was check ich denn hier? Ich weiß nicht, wie einer da oben so drauf liegen kann und da passiert irgendwie gar nichts. Der zockt, das ist... Okay, er wurde getötet. Alles klar. Ich verstehe es. Ich verstehe es doch. Bin gleich bei dir im Haus mit drin. Bin da. Ich habe da feindliche Infanterie markiert. Dankeschön. Ja. Jetzt brauche ich natürlich eigentlich eher wieder die... Das... Das... Die DP, ne? Ja. Ich würde sagen, wir halten hier erstmal kurz den Punkt. Hey, Vorsicht. Jetzt haben wir hier alles andere als safe. Die kommen gleich direkt aus dem Himmel wieder angeschwebt. Wieder angeschwebt. Zung! Da war irgendwo ein Sniper. Boah! Das ist irgendwie gefühlt jedes Mal so auf Schaldingard. Letzten Mal eigentlich auch. Außer wir waren Sniper. Auf jeden Fall noch Feindkontakt jede Menge. So, jetzt kommen wir wieder dazu. Wofür war noch gleich dieses Bild, was du über das Menü legst? Ich darf die Ingame-Map nicht zeigen. Ah, ja. Weil du so die feindlichen Garnisonen oder die freundlichen Garnisonen halt damit verrätst. Und wenn dann halt Streamsniper sozusagen dabei wären und so, geht halt nicht. Deswegen ist es eine Serverregel, ne, dass du halt dann die Map halt überblendest. Und das mache ich halt mit dem Ding da. Das ist alles. Boah, du bist Sunny. War eben noch Heizung, also Vorsicht. Das Spawnpunkt ist weg, Mann. Ja, ja, ich bin auch... Mir wurde ja auch schon rückengeschossen, als ich jetzt gerade nur daran aufgestanden bin, also... Neuer AP steht. Ich war gerade, das ist für neue Spieler halt echt hart. Die letzten Male ging es ein Stück weit besser. Da, wo wir jetzt da gerade irgendwie sind, die ganze Zeit immer gesagt, die haben sich da halt drauf eingeschossen. Aber die haben nicht mehr sehr viel, ne, also so langsam. Können wir jetzt weiter versuchen, obwohl hier sind noch einige Infanterie-Marker. Ich glaube, einer ist auch von mir, den kann ich entfernen. Na, mach das mal. Oh ja, der kommt auf uns zu! Oh ja, der trifft mich, der trifft mich, der trifft mich, der trifft mich. weißt du und wenn das war bestimmt der der michael bestrattet der war gerade noch einer von uns pass auf feind einiger liegt jetzt nicht der hier ist okay ich dachte auch das wäre noch ein aber es muss da sein ich glaube wir können weiter gehen auf das mal hier ist auch gleich dazu sehr gut hier und das sehr gut mit los ist das ein feindlicher abwurf da vorne sollten wir den kapern ich lauf dir erst mal hinterher ich bin jetzt wieder dp schütze oder vorne sterben die ersten es geht los halt ein bisschen abstand dann kriegst du noch mit wenn ich abgeknallt wird werde und hast zeit hier fährt was da fuhr was nicht sehr clever ja du kannst ja nicht rein hat sie ja nicht einfach ein fahren mich hat es erwischt da war noch so welche muss ich eigentlich noch jemanden gerade reinlassen wartet jemand ich weiß es nicht wenn sie sollen sie müssen müssen sich melden moin mina jonas kommt gleich dazu sagt er ich glaube john john nicht ich habe keine so schlechte pose gerade muss mal in der nähe von stadt überblickung das ist erstmal gar nichts die schüsse hier direkt um mich rum fliegen ist ist der wahnsinn ok links gepinkt hinter mir rennt schon einer jetzt hat mich glaube ich ein tank weggeballert oder so irgendwie eine ganze merke explosion bei mir so geil wie ich angepinkt wurde der typ vor mir wusste das dann hast du gesehen hat sich umgedreht ich habe aus der hüfte weg gesprayt mit der dpa also liegend aus der hüfte aber naja was was macht ja wollen wir vielleicht mal aufholen wir müssen ja dann nach unten hin ja ich versuche irgendwo was aufzubauen nochmal aber es ist mir gerade alles nicht safe der lighthouse trailer ist geil oder ich habe ihn gesehen ich habe ihn tatsächlich mir angeschaut vieles daran gefällt mir auch der rangefinder den finde ich ganz geil eine impact granate finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich geil die hat mir bis jetzt bei takov auch mal ein stück gefehlt ich meine die kleinen vocks die sind's halt ne also die explodieren schon gut was die große vock aber ihr wisst ihr welches ich meine aber eine impact granate ist schon ganz fett also da freue ich mich drauf und lighthouse sieht doch deutlich eher nach einer web aus mit der ich mich anfreunden kann ich dachte eher anfangs es wird sowas richtung fabrik oder auch vor allem erste version fabrik aber jetzt das sieht glaube ich echt ganz gut aus mit welcher taste aktualisiere ich nochmal immer die marke auf der map was war das das war doch t oder die marke auf der map wenn du jetzt naja so große marke ja da kannst du doch eine taste drücken dann zeigt er dir das nochmal an die ist ich gerade gar nicht John John du weißt was ich meine der wäre der einfach nur vergleichen ich bin irgendwie ein kurftig ich bin irgendwie was ich bin irgendwie ich kann was ich kann schon an Mike M. krabbelt hier grad vor mir rum, schön, 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 willkommen im Dreck. So hätte ich eigentlich den Titel nennen sollen. Moin Mike. 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 Sehr gut Danke, danke Infanterie bei Marker, gelbes Haus Einen hab ich erwischt Ist das ein Tank? Ich bin mir nicht sicher, ob da sogar noch ein Tank steht War das, das war noch ein Panzer 2, der gerade links, oder nicht? Ja, mein Marker, Tank, feindlicher Tank Okay, der kriegst du dein Maffee-Orgeln hingestellt Steht schon, ja? Ich hab's wieder markiert Kannst du den mal, kannst du den als Panzer mal markieren, Kleines? Ja Mein Marker, das ist ein Tank Ah, die sind schon markiert Guck doch mal, das ist schon ein feindliches Leichtfahrzeug Feindliches Leichtfahrzeug Oh ja, okay Ey, was explodiert du mich herum? Zack Der hat mich gesehen Ach, scheiße Mit T, du kannst deinen Hut auch dauerhaft anzeigen lassen Ja, das wusste ich doch Ich dachte mir, das war T, danke Jonas Heute noch Halo Nee, 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 für euch alle hier noch Das hab ich doch gestern, glaub ich, aber auch schon gesagt Ich find Halo, ehrlich gesagt, leider ziemlich langweilig Da, da fehlte mir irgendwas Nachdem ich sechs Stunden am Stück einfach nur von Von einer, von einer Horde zur nächsten Horde renne Um die dann irgendwie wieder abzumurksen So, keine Ahnung Irgendwann hab ich's halt auch begriffen Also, da fehlte mir extremst die Abwechslung Extrem, so ein bisschen Tiefgründigkeit Keine Ahnung Mal so ein bisschen Story-Elemente Mal ein Cutscene oder irgendwas dergleichen Aber gar nichts Und deswegen Pff, nee Es war dann irgendwann einfach genug Auf jeden Fall zu mich Direkt feindlicher Panzer hier voraus, ne? Wo ist denn der aus unserem Spot, der, der, der Panzer beschießen kann? Das ist eine gute Frage Oh oh, der Tank kommt in unsere Richtung Ja, 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 ja Brauchen dafür irgendwas Dune RTS in Entwicklung 22 kommt in Early Access Ja, Dune ist als, als Universum Schon eine sehr feine Sache Hinterpost Ich hab mir ewig, ich hab mir eigentlich mal vorgenommen Die Bücher dazu zu lesen Ist ja eigentlich irgend so ein deutscher Science-Fiction-Autor Der die Dinge dazu geschrieben hat Soll wohl sehr geil sein Aber irgendwie fehlt mir die Zeit dazu Sonst Sonst Hätte ich das schon getan Aber da freu ich mich auch drauf Ist auch eines dieser Dieser Lohren Eines dieser Universen Die sehr wenig genutzt werden Für andere Sachen Jetzt endlich mal wieder eine neue Neue Neuer Dreiteiler Neue Neue Filme Aber Ja Trotzdem Danke für die tolle Unterhaltung Max Es ist sehr einsam hier Danke Uxax88 Dankeschön Dankeschön Für Deine Geruchzügige Spende Und dazu noch Warbe Worte Meine Güte Das geht ja quasi Genauso mit dem Kuschelkuss weiter Wie es gestern schon angefangen hat Ach schon seit 3-4 Tagen Ja im Endeffekt Vielen, 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 vielen Vielen Dank Mein lieber Uxas Und was sehe ich da Danke für die tolle Unterhaltung Boah, wenn es sich unterhält Ich meine, ich bin jetzt Eigentlich gerade Ich bin gerade eigentlich Werde ich hier nur abgeballert Momentan Aber ja, vielleicht erinnert es sich Gleich nochmal Danke, danke, danke Danke So, Linson Panzerabwehr ist immer noch Wir sind weitergekommen, ne Das ist sehr geil Kannst du eine neue Garnision legen? Haben wir da keine mehr? Nein, dann komme ich vielleicht Straighter zu dir Ja, die geht noch Ne, die ist noch gut Also hier vorne Fliegen noch gerade Raketen runter Deswegen Ja, ja, ist okay Ich komme nach Ich komme nach Hier habe ich wieder vorne Jetzt eine gebaut Die ist recht weit Oh Dadurch ist meine Stationierung abgebrochen Alles gut Ja, ich nehme jetzt die nächste Hast direkt am Hardcaphead ran Ja, hab's gesehen Bin da Hier mal eine Artie auf uns drauf Oder so Zeit, sich hinzulegen Ich habe mal den Panzer nicht Höre, der ist von uns Hoffe ich auch Wir haben gewonnen Nice Vielen Dank Ah, ich kann schon nichts mehr sagen Hätte ich früher sagen müssen Ja, das darf ich hier nicht Zeigen die Musik Die ist nämlich Leider Ne Die russische Musik Ist irgendein Opernstück Da gibt's Geh mal drauf Deswegen Ist eigentlich auch sehr geil Aber Ich finde die ganzen Kriegsmucken eigentlich sehr schick Also insofern Also ich hab's gestern auch schon mal gesagt Bei Halo ist es halt wirklich Irgendwie gefühlt Hat sich das gespielt Wie ein Battlefield Multiplayer Nur gegen KI In der Zukunft Und ohne Story So Irgendwie so die ganze Zeit Fährst auf einer großen Map Durch die Gegend Halt zur nächsten Flagge Nimmst die ein Killst halt die KIs dran Und fährst weiter zur nächsten Flagge Und machst das gleiche wieder Und 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 wieder War mir wieder Halt zuwider Leider hört ihr das nicht Ich müsste mal schauen Dass ich mal irgendwie Irgendein russisches Opernstück finde Was nicht Gamer behaftet ist Dass ich dann einfach In der Situation mit einspiele So wie hier die Titelmucke Von Jagd auf Roter Oktober Das ist ja auch Ein klassisches Echtes Stück Das nicht extra dafür geschrieben wurde Das ist auch sehr geil Sehr freundlich Leider Dass du so lange auch nichts gesagt hast Dass die Leute nichts verpassen Wenn du was sagst Jetzt können sie dich wieder hören Sehr gut Ah Na dann machen wir eins auf Gut Wo mache ich das denn Panzerung Ne Ja Moin auch Hier kommt die Sorge Baker Ne Panzereinheit erstellen Charlie sind wir Dann gehen wir mal nach unten links Würde ich sagen Da steht zumindest Ein Panzer in der Nähe Unten links Okay Nehme ich So sieht die Map Normalerweise aus Jetzt kann ich es noch zeigen Jetzt spielt es halt echt Nicht so die große Rolle So Das ist aber mal ein richtig großer Tank Den ich hier sehe Kannst du nicht irgendwie ein größeres Teil Einen größeren Panzer nehmen Jonas spielt Infanterie Bist du schon auf dem Server Jonas Ey wir können auch gleich Infanterie spielen Das ist auch kein Problem Jetzt fahre ich aber gerade nicht Ich bin gerade auf die andere gewechselt Peter Parker Zum Schutzraum bitte Jetzt ist Mike M. ist auch nicht dabei Jetzt waren wir mit einem nicht aus der Kommunikation Glaube ich Ich weiß es nicht Ja ja Ich würde sagen Machen wir mal einmal Fahrt Und dann gehen wir In unser eigenes Infanterie Das macht echt mehr Sinn Würde ich auch sagen Kannst du mal World of Tanks spielen Ich habe schon überlegt Ob ich so aus wie World of Tanks mal spiele Aber Ja Sag mal Habe ich hier keine andere Waffe Keine andere Munitionsart Für das große 20mm Geschütz Ne ich glaube nicht Ist jetzt hier Nicht irgendwie Battlefield mit noch Schrotmoni oder so Nein Ich meine die Munitionsart Du kannst doch beim Panzer die Munitionsart wechseln HE oder Armour Piercing Ich frage den Chat Nicht dass ich hier wüsste Ne Weil normalerweise Konntest du halt immer umschalten Ich habe noch glaube ich Erst einmal geschossen als Panzer oder so Deswegen weiß ich das auch nicht genau Und das war in unserem allerersten Stream jetzt sogar Hm Ah die Straße kenne ich noch sehr gut Ja sonst kann ich halt immer laden Armour Penetrating Oder halt High Explosive Wir werden mal sehen Er sagt mir KWK 30 20mm Also es sieht nicht danach aus Ich musste auch nichts vorher einladen Oder so Also ich glaube Wir sollten uns Sollten Bogen machen Um die schweren Tanks Beim Battlefield Update Comping Performance Oh die brauchen viel mehr als ein Update Viel mehr als ein Performance Update Dass ich Battlefield 42 nochmal anfasse Vielleicht so ein Keine Ahnung Battlefield 4 Update wäre geil Oder Battlefield 3 Update Oder Battlefield 1 Update Können wir drüber reden Ich glaube ich habe links Sounds gehört Könnte sein dass links An uns Na ich glaube das Ich tue selber Ich fahre irgendwie relativ lang Ich hoffe mal der weiß wo er uns hinfährt Der fährt uns richtig Wir sind gleich beim nächsten Punkt dran Beim Schutzraum Na ja perfekt Na ja gut Wenn ihr einen neuen Squad macht Kann man auswählen ob es gesperrt sein soll Dann könnt ihr auswählen wer rein soll Ich mache nun ein Infantysquad auf Okay Alles klar Mike Moin Waldfee Moin Moin Dann kommen wir einfach gleich So jetzt könnten wir langsam auf Feinde begegnen Dann gehen wir einfach gleich in dein Spot Mike Dann sag mal Jonas Bescheid im Chat noch Wie das heißt Dann kann er am besten da noch schauen Dann kommen wir beide einfach gleich nach Jetzt müssen wir langsamer werden Dass es bald Feinde sind Infanty markiert Ich habe den feindlichen Außenposten zerstört Ich kann auch so eine ganz normal laden Meine aktuellen OBS Einstellung Glaub es mir Bendy Schreib mich mal Wenn du dir wirklich hilft willst Schreib mir mal privat Dann erzähle ich dir Aber das bringt dir gar nichts Wenn ich dir meine sage Weil es so enorm abhängig davon ist Was du für ein Internet hast Was du streamst Welche Auflösung Auf welcher Plattform Bla und so Das ist so dermaßen Hardcore individuell Dass dir das wirklich nichts bringt Wenn ich dir meine Auge auflö Wenn ich dir meins sage Das ist ungefähr so Als wenn du Ich weiß nicht Zu einem Als wenn du dir einen Anzug Maß schneidern lässt Da kannst du auch fragen Hey nimm mir dann mal bitte Deinen Maße für den Anzug Ja dann kriegst du halt einen Anzug Aber der mir passt Der wird dir höchstwahrscheinlich nicht passen Denn ich bin ein Tier Das weiß ich Wir werden beschossen von links Irgendwo Dennis bist du noch da? Ich bin noch da Aber ich sehe ihn nicht Ich scanne schon alles ab Aber ich finde nicht sehr viel Ich gucke mich die ganze Zeit Eigentlich immer um Tja Keine Ahnung Alles wie ausgestorben Ich sehe Schüsse Richtung 352 Kann sie nicht zuordnen Kleinkaliber Aber ich weiß nicht wo Dann müssen sie auch nur Die Kugeln seitlich fliegen Ja genau Aber dann müssen sie ja Trotzdem irgendwo sein Sollen wir vielleicht Ein bisschen vorfahren Eigentlich ist es keine So schlechte Stellung Wie wir haben Solange ich mich beschossen Hey ich meine ich glaube Wir haben guten Übersicht Die Stellung ist schon ziemlich geil Aber Du fühlst doch noch nicht Feindliche Infanterie markiert Ich drehe Ist glaube ich tot Ne der ist nicht tot Jetzt ist er tot Und dahinter ist ein feindlicher Truck Siehst du den? Genau hast du den hast du den Alles gut Da ist vielleicht noch ein bisschen In die Hecke Achtung Achtung Drehen Infanterie markiert Reicht's aber nicht An der Mauer An der Mauer 19 Grad 20 Grad Ist tot Ja Ah Das Was war das denn Wir standen halt relativ offen Ich hab eigentlich schon Die ganze Zeit damit gerechnet Dass es irgendwann mal passiert Äh Okay Jetzt müssen wir mal gucken In welchem Squad Mike ist Das muss ein geschlossenes sein Wahrscheinlich George Ja es ist George Das heißt Rostknochen Ist ein Jonas Oder was So ich frag an Komm mal mit zu George Ja hab ich doch gerade gesagt Achso hast du es ihm gesagt Ich hab es Ich hab es ihm gesagt Ihr hab es gesagt Ja aber ich hab es ihm gesagt Ist doch einer Achso Ah Jetzt weiß ich was ich mein Ja 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 ist gut Wollst du es Gott Den wollte ich mitnehmen Ja mach 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 Sunny haben wir noch nicht Maschinengewehrschutz Aber ich will halt mein Maschinengewehrschützer Weil das ist mir auch noch nicht Panzerabwehrschützer ne Ja ich will Sturmangreifer eigentlich Aber ja ich kann Sunny gehen Aber ich mag das Normale Gewehr nicht so gerne Ich mag die ja lieber meistens Halbkettenfahrzeug Das ist mein Ich bin beim Halbkettenfahrzeug gespawnt Westlich Panzerabwehr fände ich auch Sorry was hast du gesagt Mich Ich bin beim Halbkettenfahrzeug Links gespawnt Auf der Map Da fährt auch von uns schon Irgendwas So Okay bin da Ah endlich mal ein anständiges Das ist ein Empfehle Herr Kalloy Er ist schon der Oberleutnant Moment Geil dass der hupen kann Ja Geht irgendwie mit rechter Maustaste Oder linker oder so Aber ich hab's Das hat bei mir nicht geklappt Wir gehen nach da Alles klar Ei ei Ich würde aber vorschlagen Bewegung links von dem Wald Das würde ich gleich abgeschossen werden Alles klar Ich bleib bei dir Ich bin Sunny Geht mal vor Ich bin Sunny Ich bin MG Schütze Ich bleib ganz hinten Ist aber nicht clever Ist aber nicht clever Oh noch S-Weltabäle Moin 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 Du cleverness wird auch nicht erwartet von mir Ich bin Offizier So Ich muss hier auf jeden Fall Eine ganze Menge Schüsse da vorne fliegen Ich glaube Die Straße ist heiß Das ganze Krieg Da können wir nicht lang gehen Okay Merk macht's trotzdem Ich bleib bei ihm dran Ist doch gut Ich bin Medic Ich heil euch Wenn was schief geht Ah ich bin wieder fein Da vorne Ich seh schon Also nördlich von hier sind noch jede Menge Feindaktivitäten Ich würde vor allem wieder langsam angefangen Aber vorsichtig Ist gut Machen wir Hier vielleicht schon mal einen Außenposten legen Ja ich setze mal ein bisschen in Deckung Hier bei mir ist es gut Ist zum Graben Ich gehe die Straße schon mal ein bisschen weiter nach vorne und platze mir mein MG Mach das Ja da liegt auch schon einer mit seiner MG Braut ist schön Liegst du? Ne scheint aber zu gehen Wir gehen gerade ein Stück weiter nach vorne Ich habe mich schon eine gefangen Ich habe mich schon eine gefangen Versuch's weiter vor Lein ist was Medik Ja Ja Der Rest unserer Infanterie vom Zug sind noch unterwegs Direkt vor mir 10 Meter Der stand schon im Einfall rum zum Rücken Der hat den nicht mitgekriegt Das ist ja nichts Ja lauf vor mein MG Genau Ich glaube auch auf der linken Seite könnte was sein Ja Halt da mal zwei Feuerstöße rein Mal gucken Das war's Das war's Putz Jetzt muss ich mal gucken wo ihr seid Da ist Linson Okay Rausknochen Das sieht gut aus Ich bin gleich wieder da Was ist denn das für ein Funkecho? Achso Ja keine Ahnung Ich weiß auch nicht Wir haben halt Die neuesten Funkgeräte Die es so gibt Nein ist Vorsicht Scharfschutz irgendwo hier Woraus 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 Und da haben wir die Die schicke Vorsicht Granate Die wieder So Oh ich will auch ne Autowaffe haben Tja ja ich sag's doch MG42 Ich werde gleich nicht mehr mehr licht Ja irgendwas wo ich mich nach jedem Schuss erstmal durchladen muss Ich krabbel mich mal eins weiter nach vorne Das ist ein Tank Boah Fliegen die Kugeln über meinen Kopf drüber gerade Zack Ja die haben mich echt gesehen Der ist so ein bisschen mit dem ganzen Gras vor mir und sowas Wieso sehen die mich denn? Max Ich bin tot Ich komm gleich wieder So ok Bist du überhaupt da denn us? Da Pass auf wenn du spawst Die kommen hier direkt Aber wir sind zum Teil schon sehr stark hinter der Linie ne? Gespawnt und tot Direkt abgeschossen Ja ich mag doch Ja aber was soll ich denn da aufpassen? Der kann ja nichts machen Troll euch Troll euch Ja positiv Max Nicht mehr da spawnen woanders suchen Ich nehme hier eine weiter hinten Linus Obwohl Siehst du die oben links die Garnition Linus? C5 oben links Ich glaube ich nehme die und es schwenkt dann nach rechts ein Dann müsste ich denen zum Teil in die Seite fallen können Ich glaube das versuche ich mal Ich dachte Du meinst nicht C3 sondern C5 Ja Jetzt müsstest du ja sehen Wenn ich gespawnt bin Ich freue mich auf der Garte Der ist doch jetzt 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 Ah ok da ist dauert noch 20 Sekunden Oh man es ist doch Ich glaube ich nehme einen anderen Weg Da ist nicht eine Grabenanlage. Ah, ich glaube, ich gehe trotzdem noch eins weiter zurück. Ah, bekarsch, bekarsch, sage ich dazu. So, okay. Jetzt gibt ihn. Jetzt heißt es da umdrehen. Okay, der Graben endet relativ schnell wieder, okay. So, und das ist die Straße, bei der wir vorhin waren. Die hier lang wird. Und da waren sie die ganze Zeit. Deswegen gucke ich mal, dass ich jetzt irgendwie so rankomme. Alles offen, alles offen. Von links kommen wir auf jeden Fall deutlich besser ran. Wir scheinen die Straße aber auch insgesamt weiter nach vorne zu kommen. Kleines? Ja, ich bin nicht direkt bei euch. Ich komme von der anderen Seite sozusagen entgegen. Moin, Eric. Moin, 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 moin. Willkommen zusammen. Ja, aber jetzt komme ich zu euch. Jetzt hört es mich nicht. Ich bin schon relativ weit rum. Hier müssten wir eigentlich meine Garnison liegen. Hier, wo ich jetzt bin. Ah, die haben auch eine gelegt. Nice. Okay. Ja. Zeit, glaube ich, das IP langsam wieder auszupacken. Da ist Infanterie. Komm da oben beim Truck nach. Komm schon. Klappt das Ding richtig aus. Ah. Okay, wir haben den Punkt. Sehr schön. Soll ich denn damit anfangen? Ja, ja, ist okay. Ja, das Flankieren hat es irgendwie nicht so sehr gebracht. Jetzt bin ich einmal außenrum gelatscht. Jetzt sind wir... Nicht trotzdem irgendwie hier. Ist das hier irgendwo bocken? Hallo? Das ist ja mal cooler. Ein cooler Punkt. Also richtig sehe ich hier auch nichts. sehr, sehr offen. Ja. Mike wurde gekillt. Ich renne zurück. Zickzack. Zickzack. Naja, ist halt megamäßig offen hier. Wahrscheinlich aus dem Haus da vorne. Ah. Jetzt klappt ja das alles hier so niedrig auf. Ich schätze mal, das Haus müsste es sein. Ich glaube rechts von der... Auf jeden Fall von der Hecke weiter. So, wo bist denn du, Linus? Sehe dich immer noch nicht. Da ist Ostknochen. Ich bin hier oben auf dem Weg zur Winters Landung. Die Straße hoch. Moin, Luis. Moin, moin. Ja, ich laufe mal weiter die Straße hoch. Mal gucken, was passiert. Ich versuche schon irgendwie ein bisschen weiter mit aufzuschließen. Ich schwenke jetzt nach links ein. Hier ist ein Graben, wo ich laufen kann. Das geht eigentlich ganz gut klar. Ah, das sind... Das sind die Patronenhülsen, okay. Ja, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Oh, kommt schon. Ich habe ihn auch getroffen. Hätte ich mal mit dem G42 wäre ich dann mal dabei geblieben und hätte damit weiter drauf geballert. Ach, scheiße. Da können wir ja gleich zusammen neu spawnen. Sagst du mir denn auch, wo du bist? Im Außenposten von uns. Dann gehe ich doch da mal hin. Okay. Jetzt ist hier bei unserem Außenposten nur Mike M und Rostknochen. Ich bin direkt drauf. Das Ding siehst du mich wahrscheinlich nicht. Ah ja, jetzt richtig. Ja, ich komme. Kann man so viele Community-Mitglieder zurzeit immer... Wann, wann, wann? So viele Community-Mitglieder. Es ist halt immer schön dabei. What, 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 what? Was meinst du? Meinst du jetzt bei dem... Ach so, du meinst generell beim Spielen? Nein, es ist heiß vor dir. Hat mich schon erwischt. Hat mich schon erwischt. Ja, geil. Ich bin gerade gespawnt. Pass auf, da direkt irgendwo ein paar Gebüsche weiter. Wir können das Squad ja Suicide Squad nennen. Aktuell, ja. Ich bin sofort hier in meinen Busch mit reingepflackt. Ich habe da nicht mal richtig durchgeschaut. Ich versuche jetzt mal die Hecke, an der du warst, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Hier, wenn du innenläufst an der Heckeleine, das müsstest du mit mir auf... Das müsstest du mir aufschließen können. Hey. Bin ich recht unbeschwert jetzt die ganze Zeit gelaufen. Ah, Peter Parker, schließt ab hier vorne die Straße runter. Also ab jetzt gleich wird es dann anders. Aber bis zu mir müsstest du gehen können. Infa auf Ping. Wo sind die da? Okay. Die Straße runter, Leines. Hier kommt welche? Welche Straße? Lass uns mal nordwestlich von Baku-Batterie das mal erst mal verteidigen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen Infanterie. Und daraus können wir nicht die Morden vorstoßen. Pass auf, Leines. Vor dir an der Straße sind sie schon. Du Schupper. Wenn wir jetzt gucken, wo die Baku-Batterie ist. Ah, okay. Ich deck gerade die Straße. Rechts von der Straße im G-Aus-Auch. Viele Ziele, die weichen dir aus. Okay. Hallo. Moin. 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 Ich brauche einen Punkt, wo ich meine M-G ausklappen kann. Sonst wird das nichts. Angräufen, verteidigen. Äh, verteidigen glaube ich erst mal. Wobei mein Sport ist mir dann ziemlich vereint. Ich bin bei der Garnison bei Baku-Batterie. Und von daraus würde ich fast vorschlagen, dass wir so im Nordwesten-Lorden hochgehen. Ein Grad, bzw. verteidigen Niedergegen. Okay. Das muss auch nochmal neu bewerten hier. Nein, nicht blocken! Danke. Ich versuche die Straße weiter hochzukämpfen. Und da, wo jetzt noch Linus ist, hier läuft echt ne ganze Menge von links nach rechts rüber. Es wird hier aber... ...hin kommt irgendwas Amerikanisches runter, glaube ich. Am Fallschirm. Ah, nee. Vollschalarm. Das glaub ich, ist da eh. Ich würde sagen, dass wir uns auch geputzt mit dem Mankforken, nachdem wir die kleine Strecke, dann werden wir da auch die Angriffslinie bilden. Ich versuche auf die andere Seite der Straße zu kommen, aber wenn ihr rüberrennt über die Straße seid, eben vorsichtig. Da wird hier die ganze Zeit schon geballert. Naja. Bein die Garni auf Ping! Bein die Garni auf Ping! Schau's mir an. Deswegen war auch die Garni da drüben heiß. Das ist ein Halbkettenfahrzeug auf meinen Ping. Ich glaube, wir spawnen gleich hinter uns. Wir haben halt keine Fahrzeuge. Komm mit, Raul. Dann können wir die abfahren. Ich habe einen neuen Außenpost gesetzt. Hier relativ dicht an unserer Kampflinie. Ich habe einen. Noch einer. Hinterm Truck. Plötzlich tut es an der schon nette Forschung sein für die EFT. Aber hier ist es nochmal ein bisschen was anderes. Siehst du da vorne, Linus? Nee, bisher noch nicht. Aber ist auch noch da. Oh, ja. Lebt er noch rausgekommen, ja? Pass einer direkt bei mir in der Hecke. Hat mich direkt bei mir gegenüber in der Hecke. Mann! Du musst ihn erwischt haben. Das ist recht ruhig bis jetzt hier. Ich glaube, könnte was sein. Ja, ja, das ist dasselbe. Hier brauchst du das ja nicht mal. Mir gibt es ja keine Rüsse und so. Hier reicht es ja, wenn du irgendwie mal auf den Oberkörper getroffen bist, dann bist du eigentlich direkt dort. Danke, hier we go. Blablabla, 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 blablabla. Guten Morgen, guten Morgen, dir auch. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Guten Morgen. Here we go and... Ich tippe mal auf Action. Und links von der Halbkette am Busch. Panzer voraus. Panzer voraus. Ja, ziehe ich durchaus. Das ging ja irgendwie ja schnell. Aber irgendwie, also viel gesehen haben wir nicht. Die Straße runter habe ich einiges, müsste ich einiges bisschen was gekillt haben. Ja, sieben Leute habe ich abgeballert. Aber das meiste davon war auch wirklich nur Sperrfeuer, Sperrfeuer, Sperrfeuer. Linke Seite der Straße, rechte Seite der Straße. Brr, 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 brr. Jetzt müsste ich doch langsam mal so ein bisschen mal meinen MG-Typen auch gelevelt haben. Stimmt, oder? Keine Ahnung. Ich habe hier unten was schon andere Skins. Tja. Oper auf Coca, alles klar. Die Namen sind ja auch supi, ja. Moin, Tom, Tepika. Moin, auch John McClane. Moin, moin. Gema, Gema. Ne, Daniel. Ist nicht Gema. Alles gut. Dann ist alles in Ordnung. Kursk. Ja, jetzt müssen wir aber Panzer fahren. Also auf Kursk würde ich definitiv Panzer fahren. Machst du eins auf, Linus? Hm, kann ich machen. Ich meine, wir sind ja genug Leute. Wir müssten eigentlich zwei Panzer ja durchaus ziehen können. So, wo steht auch einer? Hast du schon eins aufgemacht? Ja, ja. Ist schon voll, ich komme bei dir schon nicht mehr rein. Schmeiß mal Steve raus. Ja, mache ich jetzt auch. Bin da. Oh, haben wir es geschafft. Nice. Ähm, Linkspawn bei D? Ja. Ja, ich bin wieder raus. Du musst MG Taco rausspeißen, Linus. Hm. Kann ich das hier drin noch machen? Ich will keinen Vote-Kick, nein. Ich glaube, ich kann das Leben jetzt gerade nicht machen. Dann frag ihn, ob er rausgeht. Weil ein Mate mit dazukommen will oder so. Bis jetzt sind die doch alle... Marco, könntest du das Squad wechseln? Äh, wir wollen ja noch einen Freund reinziehen. Weil darf Russland nicht gewinnen, sonst wirklich gehen wir. Ja, ja. Dann, dann ist, dann ist wirklich aus. Das, das geht halt echt nicht. Das ist die einzige, die wirklich mir Probleme macht. Die Musik geht nicht. Der ganze Rest geht eigentlich durchaus klar. Moin, Abi. Moin, Moin. Ja, es scheint ja nicht so richtig zu klappen. Dann lass dich doch einfach neu einsetzen. Oh, er ist rausgegangen. Okay. Ja, ist rausgegangen. So, Rolle behalten. Jetzt links oder rechts oder linksseite, ne? Ich sehe euch, glaube ich schon. Habe ich dich ingame noch gemutet? Hast du ihm geantwortet? Nö, ich sag mal zum Fahrersitz. Der, äh, Mike redet mit dir, ne? Ja, ja. Ich höre das auch nur. Ich höre noch auch die Kommandanten nebenbei. Deswegen überlagert sich das manchmal. Nimm ruhig den Platz ein, den du willst, Mike. Wir können uns auch abwechseln. Das ist alles kein Problem. Ne, alles gut. Ich muss nebenbei noch essen. Meine Frau war so lieb, habe Essen hingestellt. Nice. Ich will auch. Ich will auch. Hot, 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 verfliegen. Ganz wichtig. 76 Millimeter. Alles klar. Also wir haben, was ist denn das? Ein T-34. Die frühe Version. Das ist ja später auch mit einem etwas anderen im kleinen Röhrchen mit worden. So, wer ist denn jetzt hier Spotter und wer ist denn Fahrer? Mike steuert, ne? Kannst du reingehen? Wie bitte? Welche Richtung? Das muss Linus dir sagen. Chef. Der hat es nicht so mit Kommunikation. Musst ein paar Sekunden warten. Der Hans-Reichen reicht uns auf, wenn ich es nicht sehen sollte. Linus. Kommunikationsmodus an? Ja, auf nach Jumki. Ja, ich muss mich hier gerade muten. Sorry. Kein Problem. LoL-Kuss gibt es auf der PlayStation 5 version überhaupt nicht. Okay. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt eine Ewigkeit nie mehr gespielt. Jetzt seit ein paar Wochen spielen wir wieder mal so ein, zwei Röntgen die Woche. Aber das kriegen wir später ja noch so ein IS-Panzer, ne? IS-1, IS-2. Ich weiß nicht, ob es den zwei auch gab. Ein Sager hatten wir auf jeden Fall schon, aber ich glaube IS-2 gab es auch. Ich glaube, wir stehen auch so ein bisschen ungünstig, ne? Ja, wir fahren halt auch. Sag ihm mal am besten auch mal, wo irgendwie Creme oder so voraus sind, ne? Das hat John das letzte Mal auch gemacht. Das macht, glaube ich, schon durchaus Sinn. Er sieht ja nicht viel, wenn er in der Wanne hockt. Aber hier müssen schon irgendwo ein paar Sachen sein, aber ich sehe da nur Pixel. Fahren wir erst mal drauf los. Ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Irgendwie hier rüber. Wir müssen auf, Achtung, ist das hier noch unser Panzer, ja, ne? Geradezu bei den Mühlen. Kann ich dir gerade nicht unbedingt sagen. Ach, nicht, dass wir im Graben hängen. Komm, hat er genug PS. Ich muss nicht mehr die Tiefschüssen geben, gar nicht aus meinem Loch. Kommen wir überhaupt raus hier? Vielleicht müssen wir ein bisschen zurück. Wir haben noch einen halben Meter nach hinten. Wir können vielleicht zurück. Vielleicht einen halben Meter nach hinten haben wir noch, haben wir noch. So, zack. Wenn nicht links, rechts, irgendwie... Links, rechts, irgendwie rein. Können wir uns weit nicht in den Graben stellen? Ach, ich sehe wieder was. Ist schon mal zumindest irgendwie etwas. Das wird schon... Wie stehe ich denn zum Graben? Ich sehe gar nichts. Unser Himmel. Seitlich so ziemlich. Also wir bist... ...quer drinnen. Wir bewegen uns jetzt nicht fort, oder? Ein bisschen gefühlt. Nicht nur gefühlt. Ich glaube, wir müssen nach rechts und nach links und in den Graben rein und da lang fahren. Das kann glaube ich noch ein bisschen dauern. Der Himmel ist blau. Ja, da ist er. Ich kann ganz kurz aussehen. Ich will mal eben sehen, wie wir genau zum Winkel stehen. Wo verdammt, wo verdammt. Der hat sich... Der hat sich... Ich weiß nicht, ich sehe bis hier nichts außer hallo und danach kommt keine Frage, sondern eigentlich nur irgendwie Werbung. Das ist irgendwie nicht so richtig geil. Und tatsächlich auf YouTube auch ein Stück weit verboten. Ich bin gespannt auf die Frage, die da jetzt noch kommt. Ob da noch irgendwas bei relativiert wird, meine Erfahrung sagt mir ja wahrscheinlich eher nicht. Moin, JustRave. Ah, da tut sie doch was. Ja. Sehr gut, sehr gut, das sieht gut aus. Ja, wir sind wieder frei. So, und jetzt sag ihm mal... Jetzt helf ihm mal ein bisschen beim Fahren. Das musst du wirklich mal sagen, wenn du die Sachen voraus sind. Das sieht ja nicht so. Ich muss mal ganz kurz mal den Flash weiter schneiden hier. Ich fang gleich weiter. Graben voraus. Stopp, stopp. Da müssen wir doch eigentlich irgendwie rüberkommen. Nee, da kommen wir dann anscheinend nicht rüber. Die Grä... Ich glaube, wenn du die Gräben zum Teil leicht quer anfährst, leicht gewinkelt, kommt man besser rüber. So 40 Grad angewinkelt. 30, 40 Grad angewinkelt müsste es vielleicht klappen. Ja, dann mag ich mal ganz kurz jemand anders fahren, weil ich muss mal irgendwann weiter essen. Kann ich machen. So. Am besten winkelt sie leicht und versuchst loszufallen, Genuss. Das müsste, glaube ich, klappen. Jetzt hat... Gehen wir nach rechts. 30 Grad rechts. 30 Grad rechts. Das links. Genau. Und jetzt gib mal Gas. Nee, jetzt bist du schon wieder fast gerade. Aber es scheint zu klappen, oder? Gib Gas, gib Gas. Nee, jetzt fährt man sich gerade. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Gib Gas, gib Gas. Rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, rechts, 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 immer noch, immer noch. Ich sehe, ich sehe, alles ist gut. Ja, ich weiß ja nicht. Wenn wir reden jetzt gar nichts, ist es die wissen. Ich versuche dir ja nur zu helfen. Ich sehe zum Beispiel nicht, was nach dem Hügel kommt oder so, ne? Das sehe ich auch nicht. Das werden wir gleich rauskriegen. Aber wir haben noch eine Menge Infanterie von uns voraus. Insofern, graben, Leines. Graben, 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 graben. Links von uns, warte, links von uns könnte was sein. Warte mal, bleib mal stehen. Stehen bleiben, Leines. Oh, da steht ein Tigerwrack. Ich sehe erstmal nichts, weil irgendwas schießt da hinten noch. Aber ich sehe es nicht von meiner Pose aus. Vielleicht schwenken wir ein bisschen. Oh, rechts kommt ein Ping. Ah, guck mal, das ist Jonas und so weiter. Die schießen, ich sehe... Ich habe mal einen Ping gesetzt, ungefähr wo die Richtung des Feindes ist, vielleicht von Indien. Die schießen aber eher Richtung Südosten. Jonas und so weiter. Also vielleicht sollten wir gucken, dass wir auch eher Richtung Südostens orientieren. Hier sind Einschläge. Also vielleicht ein bisschen nach links einschwenken. Wir sollten ein bisschen nach links, Richtung 150, 160 Grad. Ja, links von uns zu diesem Grad, wo wir rüberkommen müssen, schräg. Rechts wird es schlecht aus. Moin, A und K. Auch noch Purple Bear, moin moin. Jetzt. So Richtung Osten ungefähr. Auf 80, 70 Grad einschwenken. Ja, links, links. Also ich... Wir spielen momentan nicht so... Ich spiele momentan nicht wirklich mein Gart. Ich habe die Kampagne noch gezockt und so, dann ist das ganz okay. Gerade zu ist, glaube ich, gerade was gefahren war der von uns. Ich glaube ja, bin mir nicht sicher. Wollang jetzt? Fuck, musst du mit Mike fahren? Du musst dich mit Mike absprechen, Deines. Halt. Ja, fangen wir mal zurück. Das ist der Kampagne, glaube ich, nicht überrascht. Wir probieren es mal rechts von den Kampagnen. Dann wird ein bisschen Speed oder so. Ja, der Winkel sieht nicht schlecht aus. Versuch's mal. Ich glaube, wir kommen raus, oder? Nein. Wenn ich weiter nach rechts komme, kommen wir raus. Sieht gut aus. Finger rechts. Wir müssen uns, müssen wir dann links orientieren, glaube ich. Der hat oben die ganze Zeit eher nach links geballert. Jonas und so, die stehen mit dem Panzer schon da, wo wir jetzt hinfahren. Wo soll's hingehen? Ich sehe gerade zu wenig. Bleib mal kurz stehen, Deines, bitte. Kurz halten. Ich lade HE, rechts von uns ist Infanterin. Ich kann irgendwie nicht pingen. Und wie das Gebäude wird vor mir nicht richtig dargestellt. Da ist so viel lila und irgendwas mit dran. Ganz komisch. Ich glaube, das soll ein Panzer sein. Weiter links. Für zwei Strommasten weiter links. Sehe ich nicht. Könnt ihr pingen? Ja. Voraus. Auf das Bord. Ja, da. Ja, da. Sehe ich nicht. Da ist in der Entfernung noch mein Strommast. Weiter rechts. Das Gebäude wird bei mir leider nicht richtig dargestellt. Tracer fliegt an uns vorbei. Moni. Keine Ahnung, was da geht. Das ist eine Panzerabwehrkanone. Und zwar dort, wo er geschlossen hat, links vor dem Mauerwerk. Da ist kein Baum. Welche Gradzahl? Ich sehe es nicht. Das ist auf 151 Grad. Aber die Fischen ungefähr. Da ist keiner Baum. Der hier oder der andere? Irgendwas habe ich getroffen. Das ist ein bisschen doof, dass das Gebäude bei mir nicht dargestellt wird. Das ist nicht so ein bisschen. Rückwärts fahren. Linus. Linus. Ich schalte. Es dauert aber. Oh, noch Jair rüben Nase. Ja, ja, Kommunikation ist richtig. Gibt es noch irgendwo ein schickes Fahrzeugchen? Ich sehe ein Transport-Lkw hinten. Wo spawnt ihr? In der Mitte sehe ich nichts. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, Linus müsste irgendwie jetzt noch was anfordern. Irgendwie so. Müsste ich was anfordern? Läuft das so? Ich glaube, ja. Was zu trinken und an der Hängematte. Jonjon hat letztes Mal auch irgendwie mir irgendwas angefordert. Dann haben wir irgendwie was bekommen. Okay, was fordert man da an? Ein Panzer? Ja, sag einfach mal. Mach mal einen dicken Panzer klar. Mach mal IS-2. Ja, irgendwie so war das aber tatsächlich. Wie genau? Kann ich es dir auch nicht sagen, weil ich habe es halt nicht gemacht. Wir bräuchten neue Kettenfahrzeuge. Die großen Dinger. Und? Sieht nicht positiv aus. Jonas, und so die fahren gerade schon. Ich sehe sie mit dem Panzer losfahren. Ja, wir brauchen halt irgendeinen Panzer. Die werden uns doch irgendeinen Panzer geben können. Wir brauchen einen Infanteriesquad aufmachen. Wieso kriegen wir denn keinen Panzer? Was ist denn da los? Dann könnten wir bei der Garnison auf F4 spawnen. Ach, hier ist auch schon ein Panzer. Ja, wir haben kein Panzer. Die haben nicht die Ressourcen scheinbar für ein Panzer. Das ist doof. Ja. Hast du wenigstens gut abgeknallt? Ja, Infanteristen müsste ich ein paar erwischt haben. Ja, zehn Infanteristen. Zehn habe ich abgeschossen. Und irgendein Fahrzeug habe ich auch erwischt. Keine Ahnung. Ein Kettenkratz, sagst du. Ein Kettenkratz wäre schon witzig. Ich sehe jetzt hier keins. Ja. Aber ich glaube, als Infanterist weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, oder? Also keine Ahnung. Boah, noch Maffi. Hallo, hallo, hallo. Da ist einer. In der Mitte. Ja, dann nehmen wir den. Wir haben anscheinend einen Panzer in der Mitte. Den nehmen wir. Ich spawne in der Mitte. Das sieht doch wieder nach einem T-34 aus. Ja, ja, ja. Das ist doch wieder 76 Millimeter. Ja, 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 ja. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie zu Panzerende, ne? Na, ja. Ich kann auch fahren oder so, ne? Also ich muss nicht immer Schütze sein. Wenn ihr tauschen wollt, sagt Bescheid. Dann lieber jetzt als später. Ich fahre uns jetzt erstmal hin. Und dann ist es noch unter Verpflegung. Das dauert auch nicht. Alles klar. Panzerende sehe ich. 730 Meter rechts von uns. Vielleicht ein bisschen weiter irgendwie an der Map rechts entlang. Am Ende. Dann müssen wir an den Gräben auch irgendwie vorbei, ne? Guck mal auf die Karte, wie viele Gräben da wieder sind. Warte mal, jetzt kann man anfangen, dass man nicht rauskucken kann. Das wäre auf jeden Fall schön. Der frische Luft hat. Das müsste eigentlich gehen. Auch so ein Turm-MG oben raus oder so. So aufgebockt wäre da auch was Tolles. Hä, was ist denn das so ein Pixel, der da fährt? Okay. Ist das irgendwas von uns? Rechts von uns könnte ein Panzer sein. Ah, wo sind wir gelandet? Das ist das. Das sieht immer so einfach aus, wenn die DU wieder zurückfiegt. Ich glaube, die sind auch ein bisschen moderner, oder? Meinst du? Weißt du, die HW ist fast dieselbe. Die Drogen fahren ja schon viel, aber woanders. Das wird mal Garantie drohen. Wir haben links vor uns Artie einschläge. Sollten wir vielleicht nicht gerade reingehen. Das ist mal ganz gut, wenn der Pink so richtig montiert. Okay, doch. Dann mal los. Was ist das immer für ein Bild mit den Häusern oder die? Das ist die Karte. Ich darf die Karte nicht zeigen oder sollte die Karte nicht zeigen. Sonst verrate ich halt andere Leute. Wenn jemand auf dem Server halt den Stream nebenbei laufen hat, dann kann er mit den Informationen, die er auf der Karte sieht, halt das Spiel sehr stark beeinflussen, sagen wir mal so. Deswegen ist es halt so gut, dass man die Karte dann halt, wenn man streamt, das Ganze ausblendet. Das ist alles. Am Anfang oder am Ende oder vor allen Dingen am Anfang zeige ich dir ab und zu mal, dass ich so dann wie die aussieht. Ja, aber wo jetzt auch zuhalten, wo ich die Pixels habe, das ist wahrscheinlich halt ein Kontakt. Ich glaube, ich habe die Arturidee. Vielleicht hier mal kurz halten am Gemisch. Oder einfach weiterfahren. Ja, wo denn am Gemisch? Ich sehe kein Gemisch. Ich bin schon mal vorbeigefahren. Ja, ich sehe aber kein Gemisch. Ich sehe zwei Panzerwacks voraus. Infanterie, die stirbt. Können wir weiter? Können wir weiter? Oder seht ihr jemanden? Links von der Schemisch. Da, wo das vorher zu zweit? Ja. Auf die Entfernung. 204 Grad hinten bei den Häusern und bei der Mühle. Da, die hinten links. Okay, ich drehe. Ja, bis die Infanterie. Niedriger oder höher? Ich baller erst mal HE in die rechte Mühle. Ja. Okay. Wo sieht er noch irgendwas? Ich sehe hier nichts. Infanterie 241 Grad hinter der Grabenanlage. 241 Grad. Ja. Und auf 247 Grad. Müsst ihn haben. Noch einer auf 247 hinter diesem Holzforschach. Kommt sehen. Oh, da ist noch einer. 247. 2. 2. Ich lade AP. Keine Ahnung, von wo wir beschossen wurden. Hände aus. Ei, ei, ei. Autsch. Danke, Relict. Danke, danke. Ja, ja, die... Oh, jetzt seht ihr die Map. Ihr solltet das zwar nicht sehen, aber jetzt habe ich es vergessen zum Beispiel. Warum erklärt sich, warum wir nur Gebrauchtwagen kriegen? Naja, aber die scheinen ja schon teilweise sehr stark hinter uns mit rumzugurken. Also... Ja, ich wollte sagen, ohne Inferentie-Deckung ist es mit einem Panzer schwierig. Ja, wir haben ja auch gleich verloren, also da ist ja nicht mehr viel, so wie es aussieht. Na, wir sind Zweiter, wir haben nicht verloren. Da ist noch ein Panzer oben rechts. Wir haben eine Erfahrung gewonnen. Hoffen wir mal. Ich spawne oben rechts. So, mal gucken, was wir diesmal vor einem bekommen. Das sieht doch noch schon mal nach einem anderen Panzer aus. Ist das ein KW? Da ist doch schon mal ein anderer Panzer. Ne, das dürfte... Ist das ein IS-1? Eher rechts halten, ich weiß nicht, wo du hinfährst. Komm mich hier nicht links raus. Ich sehe gerade gar nichts, außer einem Sandzack, weil... Zurücksetzen, zurücksetzen. Genau. Jetzt nach... Und jetzt zweiter Gang und geradeaus. Ne, den zweiten Gang kannst du dann so früh doch nicht. Siehst du den Weg, Leines, oder soll ich dir weiter was sagen? Den Weg direkt vor mir sehe ich, solange er da noch verläuft. Alles klar, jetzt leichte Linkskurve. Infanterie voraus, über die Straße laufend. Sehr gut. War nur einer, ist tot. Panzer, Tiger. Moment, stopp mal hin. Mein Ping, Leines. 201 Grad, 201 Grad, 201 Grad. Lade AP, Leines. AP. Zu niedrig, zu niedrig, zu niedrig. Ja, ich muss hier mal eine Mission laden. Achso, der Mike ist ja Schütze. Nee, du bist du Schütze? Nee, Mike ist Schütze, ne? Nee, Mike ist Schütze. War etwas zu niedrig, Mike. Was ist mit dem Tiger? Ja, sehr gut. Schöner Treffer, schöner Treffer. Er fährt leicht rückwärts. Ich habe vergessen, wo man noch mal nachladen muss. Zu niedrig. Etwas leicht nach rechts, ein bisschen nach oben. Nur minimal. Ja. Ja. Zu weit rechts. Ich sehe ihn nicht mehr. 201 Grad. Genau mein Marker. Schieß genau auf meinen Marker. Ganz minimal weiter links. Ein halbes Grad weiter links. Etwas niedriger. Minimal niedriger. Sehr gut. Treffer. So halten, weiter schießen. Komm. Sehr gut. Das war er. Nice. Hab ich mich schön. So macht das doch Spaß. Schuhe gehen eigentlich verbotten. Man kriegt keine Blasen an den Füßen. Genau. Es regnet nicht rein. Genau. Ich sag dir, ich war bei der Bundeswehr, war da praktisch schon topkert. Nein. Das Vorausleihen ist am gelben Haus links vorbei, würde ich erstmal sagen. Siehst du es? Hier vorne und dann hart links. Vielleicht sogar erstmal im gelben Haus kurz stehen bleiben und hier dran vorbeizielen. Die sind ja schon recht nah bei uns dran, wie man gerade gesehen hat. Stehen bleiben, Linus. Stehen bleiben, stehen bleiben. So, dann gucken wir mal, ob wir was sehen. Wenn du S drückst zusätzlich, Linus, also rückwärts fahren, dann bremst du sofort ab. Infanterie, mein, mein Ping, Infanterie, 168 Grad, drei Leute. Von links laufen wir ans grüne Haus ran. HE laden und am besten mal aufs grüne Haus schießen. Da haben wir irgendwas kassiert. Ich habe keinen Schuss gesehen, also muss ich von links oder rechts gekommen sein. Aber dann hat er schon mal besser funktioniert. Das ist nur ein Bildfeder. Eindeutig. Das Spiel hat bestimmt nur einen Bug. Alles Cheater. Alles Cheater. Ja, wir wurden gar nicht abgeschossen. Das war ein Bug. Der Panzer ist noch respawned oder so. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist alles, was nicht leid ist. Kannst du mal anfragen, ob wir einen weiteren Tank kriegen? Ich sehe hier erstmal keinen. Links scheint ein Panzer zu sein. Linke ist braun Punkt. Der blaue, ne? Ah ne, der ist besetzt. Der ist besetzt, ja. Sonst sehe ich erstmal keinen. Negativ. Punkte haben wir. Da ist ein LKW. Joa, ne? So richtig erstmal nichts. Ja, der trägt uns schon ganz gut zurück. Der bleibt anscheinend auch erstmal stehen. Naja, wir können wahrscheinlich schon fast direkt aus dem Spawner rausballern schon. Joa, ja, ja. Ich schätze mal auch, da müssen wir eigentlich nicht mehr weit fahren. Aber ich sehe keinen. Haben sie dir was gesagt, ob wir einen kriegen? Ne. Aber wir haben auch keine großen Ressourcen mehr, ne? Die können ja nicht mehr viel machen. Ja, man muss ja... Wollen ja trotzdem Panzer. Transport-LKWs. Ja, das bringt uns alles nicht so viel. Schau, sieht nicht so gut aus. Immerhin lebt der Panzer auf der linken Seite. Auch da scheint es wohl halbwegs klar zu gehen. Also mit einem Schuss wegfahren, also keine Ahnung. Ja, frage ich mich auch. Der muss irgendwas Gutes getroffen haben bei uns. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Munitionskammer oder irgendwas dergleichen. Irgendwas muss er getroffen haben. Soll ein Sprengsatz gewesen sein? So weit hinten? Wir standen relativ weit noch weiter hinten. Ich glaube eigentlich nicht. Also so oft, wie ich schon in der Nähe von feindlichen Panzern waren und die dich eigentlich nicht mitkriegen gefühlt, halte ich das für gut möglich. Aber wir waren halt sehr weit hinten. Aber wir hatten ja auch eigentlich direkt beim Losfahren ja schon einen Infanterist, der bei uns über die Straße gelatscht ist. Also auch da ging es ja eigentlich relativ gut ab. Aufklärungsfahrzeug, na toll. Was haben wir da mit? Jetzt sehe ich auch, dass mit den Streifen links und rechts was noch gebaut wird von der Map. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Tja, ne? Scheint wohl erstmal keine Panzer für uns zu geben. Keine Fahrzeuge, ne. Oh doch, da ist ein Aufklärer oben rechts. Ja, aber was macht der? Keine Ahnung. Ich sehe da Schütze und alles. Ja, komm, scheiß drauf, nehm wir. Ich gehe da mal hin. Wir nehmen den Aufklärer oben rechts und gucken mal, was das ist. Bist du denn da so nah dran gespawnt? Weiß ich auch nicht. Ne, ja. Ich habe eigentlich auf den Punkt rechts weitergeklickt. Okay, dann meinte ich das auch. Das ist auf jeden Fall eine Art Fahrzeug und ich sehe Schütze dran. Okay. Ich hoffe mal nicht der LKW hier vorne. Ne, ne. Aber der nächste sieht auch nicht sehr viel tougher aus. Guck mal, da ist doch ein richtiger Panzer, oder? Das ist sowas von Panzer. Okay, das wird spannend mit dem Teil. Ich bin dran. Jetzt wird's lustig. Als wir vorhin den Tiger bekämpft hatten, habe ich nicht geschnallt, dass man das herdrücken muss und laden. Musst immer selbst nachladen. Ja, das weiß ich jetzt auch. So, okay. Immerhin sind wir diesmal ein bisschen schneller unterwegs. Guck mal, da hast du die von eben. Ich glaube, stehen bleiben sollten wir hier nicht. Musst ab und an mal gucken, wo es hingeht. Bleib einfach hier erstmal auf der Straße, Lernis. Ah, und da müssen wir aber irgendwo links hoch, dann kommen wir wenigstens mal zu unserem Punkt. Wir können ja nicht einfach so ranfahren, dann werden die uns killen. Das wird nicht klappen. Ist hier links von mir das Haus, haben wir da ein bisschen Deckung hinter? Wir werden unsere Geschwindigkeit ausspülen müssen. Also, versuchen wir, ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Ist schon ein Tank da markiert, muss ich weg. Seht ihr da was schon? Welche Fahrzeuge? Sag was. So auf 190. Ich habe überhaupt 216 gerade im Getreidefeld zu fallen. Ich sehe eine Pack, Pack im Feld. 378 Meter, äh, 378 ist es. Die dreht sich zu uns. 214 Grad, 214 Grad. Das war die aber nicht. Da muss man irgendwas anderes auf uns geschossen haben. Wir dürfen mit so einem leichten Teil, glaube ich, echt nicht stehen bleiben. Ich glaube, das war ein Infanterist oder so. Oder das Seite- und Heckgeschütz oder so. Nur so halb rausgucken irgendwo. Ich gehe mal ganz kurz austreten, bin gleich wieder da. Ja. Oh, jo. Haben wir noch irgendwo ein Fahrzeug? Aha. Ja, vor allen Dingen ein echtes wäre, wie immer, ganz toll. Und nicht das Ding von eben. Also einen richtigen Panzer. Ich sehe nur Transport-LKWs bis jetzt. Also so viel passiert da tatsächlich nicht. Das Game War Thunder. Und okay, okay. Ja, JonJon hat das vor kurzem mal gespielt, War Thunder. Und meinte halt auch, das wäre insgesamt eigentlich ganz cool. Ja, ich schaue mal so ein bisschen. Wir testen uns aktuell ja so ein bisschen, so auch eh ein bisschen in der Breite aus. Wollen wir mal gucken, wie sich PUBG ja dann in der Zukunft verändert, wenn es ja demnächst Free-to-Play wird ab nächstes Jahr. Und da habe ich durchaus ein bisschen Hoffnung drauf, muss ich sagen. So ein klitzekleines bisschen. Wo fährst du denn da hin, Linus? Ein bisschen rum. Bis wieder ein Fahrzeug da ist. Okay, ja, es scheint auch nicht zu... Hast du mal angefragt, ob ein Panzer kommt? Bibi. Denus, hast du mal angefragt, ob die noch ein Panzer haben oder so? Oder ob die uns eins spawnen lassen können? Nicht fragen, klar. Kommt aber nichts. Ja, naja. Halt. Können wir doch ein Panzer haben? Der Grind bei War Thunder ist etwas mies. Ja, das war auch so ein bisschen das, was mich abgeschreckt hat. Ganz oben ist ein Panzer, Mitte. Bei G. Ja. Alles klar, da gehen wir hin. Ja, so das mit dem Grind da drumherum, das hat mich halt auch... Keine Ahnung. Ich meine, ich habe bei anderen Spielen ja auch nicht unbedingt ein Problem zu grinden. So ist es nicht, aber ich weiß nicht. Ich hatte aber durchaus auch Bock zu. So ist es nicht. Ah, danke, Marshy. Danke dir für deine Spannung. Natürlich noch alles gut zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Naja, heute ist ja so ein bisschen im Endeffekt Feier, wenn man es genau nimmt. Denn ich mache gleich Mittagsschlaf. So demnächst. Danke, danke, Marshy. Und natürlich danke auch für die netten Worte und natürlich auch für die Spende. Vielen, 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 vielen Dank. Wo ist da, der Tank? Ja, einer ist hier besetzt, der hier war. Der andere ist die Straße runter noch. Ah ja, okay. Aber wir verlieren gerade Kruschki. Wenn wir das verlieren, ist eh vorbei. Ich glaube, das war der Panzer, den ich meinte. Ja, ich glaube auch. Okay, die sind schon direkt hier bei uns dran, so wie es aussieht. Ich habe hier einen direkt vor mir erschossen. Alles klar, Revolver-Action. Ob du schon mal allein bist, oder eher mich? Irgendwann im Graben muss was sein. Da hat gerade jedenfalls auf jeden Fall jemand geballert aus dem Graben hier raus. Der Panzer ist weg, ne? Es gibt jetzt nur noch einen bei D. Ist der frei, denn dann setzen wir uns neu ein. Noch ist der frei. Ne, jetzt ist er auch besetzt. Jetzt gibt es aktuell keinen mehr. Ja. Infanterie beim Marker, am Holzzaun. Ja, da gibt es Revolver-Action, ne? Attacke! Der Spaten gezogen. Die sind vor uns an den Häusern, Mike. Eher links beim gelben Haus. Ja, die schießen auf mich vom gelben Haus. Nate kommt, Nate kommt. Okay. Ich gehe rein ins Haus. Okay, Line ist schon da. Ja, naja, ich bin unten drin, aber hier ist keiner mehr. Aber die sind ja noch in der Nähe. Ich habe hier einen noch erschossen. Ja, hab einen, der über die Straße gelaufen ist. Niederlage! Auf der Eide blüht ein kleines Blübelein. Und das heißt Erika! Preis von hunderttausend Leinen Wiedelein Wird umschwemmt Das ist gut, der gestern hatte ich Marker. Aber trotzdem, danke, danke, danke. Der Phoenix Ernst gehört zu mir. Wir machen einen super Job als Commander. Sehr gut, Florian, sehr gut. Vor allem ohne Premium, glaube ich, nicht das, was für mich ist. Ja, genauso wie die World of Tanks. Ja, das ist es halt. Also, World of Tanks sah auch gar nicht mehr so schlecht aus. Aber ich irgendwie... Immer wenn ich mir die Grind-Phase einschaue, denke ich mir, ja, irgendwie eigentlich doch wieder nicht so. Wie in der Heimat und ein kleines Weg der Leine Und das heißt So, aber ich würde sagen, das reicht... Ich glaube, sie sind entlistet geworden eigentlich. Keine Ahnung. Das soll... Irgendwie meinst du schon was? Dass das ja auch nur irgendwie Teil des Ganzen ist. Der gehört ja irgendwie auch zu einem dieser Spiele. Irgendwie, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das reicht für heute. Heute ist ja prinzipiell mein freier Tag. Um 19 Uhr kommt noch eine Premiere. Da gibt es ein bisschen was zu PUBG. Ja, PUBG nochmal. Wisst ihr also Bescheid. Ansonsten geht es live morgen weiter um 14 Uhr. Da werden wir uns dann Super People anschauen. Das ist auch ein Battle Royale. Ich würde sagen, prinzipiell gesehen so ein bisschen Abklatsch von PUBG. Schauen wir mal einfach, wie es so ist. Kann jeder übrigens aktuell spielen auf Steam. Ja, müsst ihr einfach nur bei Steam suchen. Da könnt ihr so eine Anfrage raushauen. Das steht ja direkt, wo man normalerweise kaufen könnte. Aber ihr werdet sofort zugelassen. Könnt sofort installieren, sofort spielen. Also schaut es euch vielleicht auch selbst an, wenn ihr Bock habt. Wie schauen wir uns morgen auf jeden Fall um 14 Uhr, wie gesagt, live an. Und falls morgen der Tag auf Warp dann wirklich kommen sollte, werden wir morgen Abend dann auch Tag auf spielen. Und wie gesagt, heute 19 Uhr gibt es dann nochmal die Premiere. Aber da kriegt ihr eh von YouTube nochmal eine Meldung rein. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich danke nochmal sehr für die Extraspenden, vor allen Dingen rund um den Geburtstag. Und auch noch die Glückwünsche nachträglich. Danke natürlich auch noch alles drum und dran dafür. Und dann sehen wir uns halt entweder heute Abend, nicht live, oder morgen um 14 Uhr live. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut.